Frebs macht einfach sehr viele Probleme. Hallo? Oh Gott! Frebs macht mega Probleme. Ich habe jetzt vorher nicht aufnehmen können, weil ich einfach mal Frebs ein FPS hatte, produzierte. Sorry dafür, aber ich habe nicht so viel verpasst. Ich bin nur hierhin geflogen und habe diese Ölbohrturm mal kurz ein bisschen angeschaut von der Luft. So, sorry für den Unterbruch. Meine Schwester hat etwas gefragt. Aber es geht weiter und hoffentlich ein bisschen stabiler. Ui, hier sind Spiele. Hallo? Ich will ein längeres Gerät da. Ja, wie parkiert ihr denn? Oh, da hat jemand super parkiert. Hallo, der in Plinkz Deep Inside. Wie das aussieht. Wenn man hier herangeht, geht es auch in Multiplay? Scheinbar nicht. Ja doch, es geht. Kann man ihm ein Schmerzbad verpassen. Hey! Was soll das? Geht es noch? Du verbraust die ganze Munition, du Idiot. Ich will rein! Bitte! Zieh mal besser! Superspective LP. Machen alle jetzt Let's Plays oder was? Machen jetzt wirklich alle Let's Plays? LOL. Und ich sage nicht, dass ich hier ein Let's Plays bin. Schulala! Ich hoffe, ich werde etwas benutzen. Was gibt es denn hier so Schönes? Naja. So. Jetzt kommt schon ein Sarasa rein. Oh Gott. Vorher Gronkh und jetzt Sarasa. Oh mein Gott. Peinliche Typen wollen voll reich sein. Ich will mit dem Großen fliegen. So. Ja, der ist aber noch grösser. Der hat schon gespielt. Ja, was ist denn los? Was weisst du? So dumm. Ja komm, der ist nix. Ich... Nehm den Skin. Ja toll. Aha, ich bin im Chat. Okay. Wir sterben ja ein paar Mal. Lassen wir ihn, wenn das den Spass hat, uns zu kennen. Lassen wir ihn doch. Wir haben genug Spass. Wir können jetzt irgendwie das nochmals ändern. Ich will nicht den sein. Wahrscheinlich nicht. R. Z. H. J. U. H. J. K. M. N. Da. Was ist denn das für ein grässlicher? H. A. Idiot. Der hat mich das letzte Mal angegriffen. So ein Idiot. Wie wartest du jetzt schon wieder? B. Soit der hat 2. Ja, das sieht ungefähr anständig aus. So. Hahaha, er holt ihn runter. Lol. Okay, okay. Ein bisschen Feuerwehr spielen. Okay. Spielen wir ein bisschen Feuerwehr? Ja, der hat aber gar keinen... Nein, das macht keinen Spaß. Schade. Er geht ja vier und fünf, kann man das? Ich bringe den Müll raus. Ich will rein, ich bin da Müll. Ich bin der Müllmann. Okay, wenigstens ein anständiges Auto. Wenn man rein kann. Wow, der hat einen Ton. Das ist mal was. Aber da muss ich den Ton wieder ein bisschen lauter machen. Der ist nicht so laut. Es gibt keine Kurztasten irgendwie. Das ist das Blöde. Aber der ist doch gut. Oh, diese Kitte sind wir. Oh, diese Kitte sind wir. Zum guten Glück sind die auf einem Niveau mit den zwei. Da muss ich jetzt wirklich gar nicht leugnen. Die können wirklich ohne Werbung, ich habe es vorher schreck geschrieben, ohne Werbung können die gar nichts. Und die wären noch bei 20 Abonnenten und sie keine Werbung gemacht hätten. Und die sind noch bei 20 Abonnenten. Als Gronkh noch alleine gespielt hat, ohne Sarazza und so, war Sarazza gar nichts. Der hatte wirklich ein paar Abonnenten und so. Aber natürlich mussten die Schwulen zusammenleben und zusammen ein Studio aufmachen und so. Bekommen Sponsoren zugeschissen. Und natürlich wurden sie erfolgreich, ist klar. Aber beide können irgendwie gar nicht richtig spielen. und erzählen eigentlich nur Scheissdreck mehr nicht. Okay, sie sind ein bisschen lustig, klar. Ja, ich sage jetzt nicht, sie sind ganz schlecht. Aber trotzdem, sie lädt Spreya nicht. Sie machen Comedy mehr nicht. Und es ist ein bisschen fehl im Platz bei solchen Spielen. wie z.B. Minecraft, wo überhaupt nicht lustig ist. Ja. Aber eben, ich kann auch viel kritisieren. Es bringt beiden in gar nichts. Dann lasse ich ja auch lieber das kritisieren. Ich warte bis ich sehr erfolgreich bin und dann kritisiere ich. Okay, kann ich lange dann, aber... Jetzt bringt das Kritisieren noch nichts, sonst wird man einfach nur noch zugeflammt. Ja. Okay, später dann auch, aber... Man kann es dann besser verkraften. Und dann werden die Kommentare sowieso gelöscht sofort, weil alle Spieler, alle Fans, dann... ähm... den Beitrag melden und so. Das ist richtig gut gemacht von YouTube jetzt. Dass man... dass man... ja... die Kommentare melden kann, ganz easy. Und sie dann auch gelöscht werden. Und sichtbar sind. So, was haben wir hier? Boah, dieser Drift. Der war cool. Keine Autos hier. Okay. Und mein Auto ist Drecki. Nein. Auto bleibt da. Was machst du? Nicht den Baum ficken. Ähm... Fraps. Jetzt hat Fraps irgendwie plötzlich wieder Probleme. Jetzt ging es doch so lange gut, Hallo. Es ging doch so lange gut. Ja. Jetzt bleibst du so. Ohne Aufnahmebettend. Hat es gecheckt? Fraps hat es gecheckt? Was für ein Wunder. Ah, ich freue mich so auf die Grafikarten, den Shadowplay und so. Ah, hoffentlich ist es gut. Ein Traktor. Ich muss ein bisschen Traktor fahren. Was soll das? Yeah. Kommt hier auch irgendwas? Ich will Kanonen. Ich will Eierwerfer. Ich will Getreide fli- Getreide Rocketguns. Hey, bitte. Gib mir was. Dann halt nicht. Okay. Gehen wir weiter. Hey, es ist mein Auto. Kleine Serien, bitte. Ja. Toll. Bei mir sind cool. Geiles neues Auto. Geiles neues Auto. Das ist ein Oldtimer Ferrari. Nicht schlecht. Nein, bitte nicht. Oh, ein schönes Auto. Also sie haben einen Minecraft-Server. Wahrscheinlich, weil sie Werbung machen, haben sie wahrscheinlich gar keine guten Dinge. Ich denke viele Leute. Yeah, das ist aber schnell. Das ist ein Feuerwehr, ein Oldtimer, ein liberal Oldtimer, oh ein Fahrrad.